So, kann weitergehen. Das hatten wir schon mal. Ich bin mit dem Dreirad... ...äh, Dreirad hierhergekommen. LB erhalten, mit dem Glasterbeuten zu blockieren. Ja! Ja! So! Greift ihn an! Schnell! Ich höre nicht auf. Gib jetzt auf! Ah, scheiße! Was mache ich denn da? Ja. Feind nähert sich. Ich höre nicht. Macht ihn fertig! Oh! Versiegelt! Ja. Holt euch das Ziel! Ich werde dich aufhalten! Du bringst dich nicht um! Ja, ja. So. Ah. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass wir da jetzt... Raus... Doch, ja. Bewegung bleiben! Ha! Naja, man kann es ja mal versuchen. So. Jetzt hier rechts rum. Ja, und jetzt? Ah, alles klar. Geht doch, geht doch, geht doch. Wir müssen hier runter. Jawohl. Jetzt hier hoch. Zack. Ja. Super. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. So, Ziel erfassen. Ziel wechseln. Ja, jetzt habe ich das gemacht. Und jetzt? Zielerfassung. So, das war wieder so ein Punkt, wo... Den ich wieder nicht verstehe. Was ist das jetzt für ein Sinn gemacht hat? Also, ich kann die anvisieren. Ich habe dich. Oh, der zwar drauf, so zack, wie viel fallen da noch runter? Oh, der war's nicht so gut. Oh, der ist so gut. Oh, der ist so gut. Ach so, ich bin so gut. Oh, der ist so gut. So, die Macht. So, der muss ja irgendein Ziel haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich hier die ganze Zeit irgendwie... ...überleben muss. Ey. Oder muss die da reinstecken? Dein Fluchtversuch ist sehnlos! So, wenn ich hier die Macht nehme... ...dass sie da rein schubsen muss. Aber... ...oder krieg ich hier irgendwas... ...dass man... ...auf den Punkt! Ne, irgendwie geht's hier nicht weiter. Ich lauf mal... ...lauf mal weg. ...das wird ein leichter Sieg. ...dass man... ...dass ich hier... ...dass ich dir... Das ist sehr gut. Das ist so eine Art Training hier noch. Setze die Macht gegen Objekte mit blauem Umriss rein. Ach, alles klar. Hoffen wir mal, dass das Rad gleich rausfliegt. Ah, alles klar. Ah, ja. Jetzt habe ich es ja schon. Klettern nach oben. Jo. Das hat aber gedauert bei mir. Ja super, hier komme ich doch wieder nicht rein, oder? Wir müssen hier hochklettern. Komm einfach raus. Ja, ich komme ja schon. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich werde dich besiegen. Ja, ja. Mensch, jetzt seid die Schnauze hier. Zack, jetzt Ruhe hier. Wenn der Flüchtlinge hier entlang kommt, bin ich bereit. So, wo geht es jetzt lang? Oh, okay. 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 Alter Schwede, da ging es natürlich nicht lang. Aber ich muss sagen, ich bin hier ein bisschen überfordert. Was soll ich denn jetzt hier machen? Hier rein geht es nicht. Da kann ich auch nichts stoppen hier. Immer wieder toll. Hier kann ich auch nichts zerstören. Hier ist auch nichts. Kann ich hier irgendwas abkoppeln oder so? Nee. Jetzt bin ich aber echt am verzweifeln hier. Oder muss mich hier durchquetschen? Auch nicht. Mann, 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 Mann. Ja. pyram, Mann, Mann, Mann. Ich kann Sie doch nicht hier ant. Ach, Mann, Mann, Mann. Genau das ist nicht. muss doch bestimmt da rechts aufgelangt in der außenseite mann 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 es gibt es auch gar nicht sieht so aus als wenn ich hier lang könnte aber ich kann hier nicht klettern ich hätte jetzt gedacht dass ich hier irgendwas verlangsamen kann oder so keine ahnung hier kann ich mich auch nicht fallen so ah jetzt habe ich einige hier 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 brauchte aber mann 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 ist ja peinlich So, komm her. Zack, und der Nächste. So, jetzt der Ruhe. Weiter. Jawohl. Jetzt hier durch. Schneller. Lauf, Forrest, lauf. Schneller. Oh, rechner. Oh, geschafft. Ah, super. Ah. Ah, die guckt noch. Oh. Ich muss runter. Ich muss runter, ja. Wo runter? Kein. Ah, das war mal wieder ein Satz mit X. Ey. Mann, Mann, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Warum hält er sich denn da nicht fest? Diese Pfeife. Oh. Das verstehe ich nicht. Geht bei mir im Kopf nicht ran. Warum funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Mann, 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 Mann. So. Jetzt aber runter, ja. Ah. 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 Alter Schwede. Das ist dann aber gerumst. Wow. Das ist übel. Oh, komm. Ich kann nur rauf. Schneller, los. Oh, Mann, 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 ey. Oh, jetzt rüber da. Nach oben. Oh, schneller. Oh, schneller. Ja. Ja. Oh, die ist schon wieder. Oh, Glücker. Wir wollen helfen. Wer sagt ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Oh, super. Und ich hänge hier wieder fest. Oh. Oh, komm, da oben. Ja, los. Nee, rüber. Los, spring. Jo. Ist nach oben. Mann, 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 wie viel kommt da noch von? Oh, Mann. Alle verbliebenen Einheiten sind nur für den Fernkampf ausgestattet. Das Bomben dehnen da auch noch um. Oh, nein. Das fehlt jetzt auch noch. Der Zug hält? Das ist nicht gut. Oh, oh. Ja. Das geht, das geht, das geht, das geht. Mann, 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 Mann. Boah. Gott sei Dank geschafft. Nee. Ah, jei, jei, jei. Alter, scheiße. Der kriegt, der hat ja sieben Leben. Können wir nur, oh, boah. Alter, was der Action. Mann, Mann, Mann. Wohin deswegen? Äh, ich wollte mir gerade Zigaretten holen. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Ja, ein bisschen. Wer war dein Meister, Padawan? Yoda. Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Besser als ich dachte. Ich vernichte dich. Ich hoffe nicht. Zweite Schwester. War ich hier in Angriff auf, äh, rote Arme, können nicht geblockt werden. Okay. Alter, Schwede. Los, komm her. Ja. Das ist zu einfach. Oh. Ich lass drauf, die Schwester. Ne, ja. Meine Gesundheit grenzen. Das ich auch gleich... wie diese Oberschurken da kämpfen. Boah. Heftiger Scheiß. Heftig, heftig. Schnell an Bord. Ja, ja, auf jeden Fall. Geiler Helm, Lady. Heftiger Scheiß. Boah. Heftig, heftig, heftig. Jetzt aber schnell weg hier. Da bin ich sprachlos. Da sind bei der Lady Gott sei Dank los. Boah. Boah. Heftige Action. Okay. Schalt das Ding aus und setz dich hin. Boah, das, äh... Das war wirklich heftig, sag ich euch. Danke für die Hilfe, auf jeden Fall. Solltest du dieser Lady hier? Also? Wer bist du? Kel. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Bracker wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Oh, das Ordens, da bin ich doch dabei. Auf jeden Fall. Zu zweit. Da sagen wir doch nicht nein. Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Wer hat der Jedi? Ja, den gibt's ja nicht mehr, du. Ist verloren. Hat wohl, ähm, Star Wars Episode 6 nicht geguckt, der Junge. Dann bleibe nur noch ich. Jawohl. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogano. Ei, ei. Mann, der sieht aus wie Yoda in Grau. Kannst du dich ausrufen? Der Yoda war hübscher. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Kerl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Boah. Stellt euch mal vor, ihr steht morgens auf und ihr guckt euch so eine Fratze an. Ei, ei, ei. Ich würde so ins Bett scheißen. Oh, ne Scheiß. Ich würde mir so in die Hose machen. So, aber ich würde sagen, wir stoppen auch hier erstmal und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Tschüss. Tschüss.